Ich suche nun schon seit Monaten. Der Outsider macht Jagd auf die Schwachen. Eine Angst, die dir die Kehle zuschnürt und hinterlässt nur Blut und Tod. Ich habe die Menschen gesehen, die er mit seiner Magie vergiftet hat. Er hat zu lange Gott gespielt. Ich will wissen, ob er noch bluten kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017